Der oberste Kriegstreiber der CDU hat einen neuen Vorschlag gemacht, wie der Krieg in der Ukraine noch möglichst weit in die Länge gezogen werden kann. Roderich Kiesewetter fordert, Ukrainer, die hier nach Europa geflüchtet sind und vor der ukrainischen Regierung in Sicherheit sind, wieder in die Ukraine zu schicken, um sie dort erben zu lassen. Und aus Freiburg im Breisgau ist mir nun Roderich Kiesewetter zugeschaltet. CDU-Politiker und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Herr Kiesewetter, ich grüße Sie. Ja, guten Tag, Frau Droste. Ja, dieser Krieg, Herr Kiesewetter, der dauert nun fast schon zwei Jahre an. Russland hat nun zum ersten Mal auch ganz offiziell bestätigt, dass man tatsächlich ausländische Söldner rekrutiert. Wenn wir auf die ukrainische Seite gucken, da fordern nun auch Frauen der ukrainischen Soldaten, dass man eine Demobilisierung einführen sollte. Hat das in Ihren Augen dann auch einen Einfluss auf das Kriegsgeschehen? Also zunächst einmal sind wir jetzt ja in der Winterphase, die eher ein Festschreiben der gegenwärtigen Frontlinien bedeutet. Aber, und das müssen wir genau beobachten, natürlich auch ein tieferes Eingraben der Russen und parallel extreme Angriffe auf die elektrische Infrastruktur, Heizkraftwerke, Wohnungen der Ukrainer. Und die Bitte der ukrainischen Mütter, Frauen und Schwestern ist es ja, dass ihre Männer vom Kriegsdienst an der Front für mehrere Wochen entlastet werden. Die Krux in der Ukraine ist, dass beispielsweise in der Europäischen Union über 600.000 wehrfähige ukrainische Männer sich dem Wehrdienst entziehen. Allein in Deutschland sind es 220.000. Und die würden natürlich helfen, die Männer an der Front zu entlasten. Sie würden aber auch helfen, in der Heimat quasi bei der Unterstützung Rotes. Ja, aber diese Männer sind ja nicht Eigentum der Ukraine. Es ist ja keine Pflicht, sich für sein Land sterben zu müssen. Es gibt ein Menschenrecht darauf, aus seinem Land auszureisen. Es gibt ein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit. Kein Land darf seine Staatsbürger dazu zwingen, für das Sterben zu müssen. Das passiert in Kriegen immer wieder. Und aktuell sehen wir das gerade in der Ukraine. Weil jetzt zu sagen, ja, die fehlen der Ukraine, also es ist ja irre. Das Roten Kreuz ist beim Aufräumen von Trümmern, bei der Feuerwehr, bei der zivilen Unterstützung. Also wir sollten auch als Deutsche einen Appell an die wehrfähigen jungen Männer machen. Auch die Europäische Union sollte dies tun. 600.000 junge Männer und allein die 200.000 in Deutschland. Das wären allein in Deutschland über zehn Divisionen. Ja, Männer, die geflohen sind, die keine Lust auf Krieg haben, die weder für ihr Land sterben wollen, noch diesen Krieg in irgendeiner Weise verlängern wollen, die werden jetzt in Divisionsstärke gemessen, auf das wir sie zur Ausreise ermuntern. Diese Welt hat in der Vergangenheit auch schon angeregt, diesen Männern einfach das Bürgergeld zu streichen. Also so viel zu den neuesten Vorschlägen unserer Kriegshetzer, die anscheinend, also den Menschenleben komplett egal sind. Ja, was soll man dazu sagen? Mit der CDU würde absolut nichts besser werden. Diese Partei will genauso Krieg wie unsere aktuelle Ampelkoalition. Es ist völlig irre, was diese Regierung hier anrichtet. Ja, aber mit solchen ernsten Themen muss man sich halt beschäftigen. Solange diese Politik sich nicht ändert, solange wird dieser Krieg in Osteuropa, dieser Krieg in der Ukraine weitergehen. Wir brauchen endlich einen Kompromissfrieden mit Russland und nicht noch mehr Kriegshetze, nicht noch mehr Hunderttausende von Toten, die völlig überflüssig sind. Jeder Militär sagt mittlerweile, dass dieser Krieg von keiner Seite mehr Militär gewonnen werden wird und dass sich die russische Verhandlungsposition nun mal von Monat zu Monat bessert. Das heißt, jetzt nochmal ein paar Hunderttausende Ukraine an der Front zu verheizen, ist völlig irre. Der Einzige, der davon profitiert, ist die westliche Rüstungsindustrie. Aber für die betroffenen Menschen bedeutet das jede Menge Leid. Ich meine, die Wehrfähigen sind ja nicht ohne Grund aus der Ukraine geflohen. Wenn sie bereit wären zu sterben, dann würden sie von selber dahin zurückkehren. Da braucht man sie nicht ermutigen. Diese Leute wollen offensichtlich nicht für ihr Land sterben und das ist auch ihr gutes Recht. Dieser Krieg sollte durch einen Kompromissfrieden enden und das ist wirklich so dermaßen inhuman. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und dass sowas hier schon Springer, ja ihr wisst ja, Springer ist ein transatlantisches Propagandamedium, völlig unkritisch berichtet wird, das passt natürlich ins Bild.